Stellen Sie sich vor, Sie könnten die neuesten Blockbuster in atemberaubender 4K-Qualität erleben und gleichzeitig ein TV-Erlebnis genießen, das speziell für Gamer entwickelt wurde. Der Hisense E7NQ Pro verspricht genau das. Eine beeindruckende Kombination aus modernster Bildtechnologie und innovativen Features, die sowohl Filmfans als auch Gamer begeistern soll. Doch hält dieses Modell wirklich, was es verspricht? Tauchen wir tief in die Welt dieses QLED-TVs ein, um herauszufinden, ob der Hisense der richtige Fernseher für Sie ist. Der Hisense präsentiert sich in einem schlichten, aber modernen Design, das sich nahtlos in jedes Wohnzimmer einfügt. Mit seiner schwarzen Farbgebung und dem schlanken Rahmen wirkt das Gerät elegant und zurückhaltend, wodurch der Fokus ganz auf das Display gelenkt wird. Die Bauweise ist solide, obwohl der Kunststoffrahmen nicht unbedingt Premium-Qualität vermittelt, erfüllt er dennoch seinen Zweck. Die abnehmbaren Standfüße bieten eine stabile Basis, auch wenn keine zusätzlichen Funktionen wie Schwenken oder Neigen vorhanden sind. Wer den Fernseher an die Wand montieren möchte, kann dies dank der VESA-Kompatibilität problemlos tun. Neugierig geworden? Überprüfen Sie die Verfügbarkeit dieses Modells und sehen Sie sich das Angebot auf Amazon an, indem Sie dem Link in der Videobeschreibung folgen. Der Bildschirm des Hisense ist zweifelslos das Highlight dieses Fernsehers. Mit einer 4K Ultra HD Auflösung und der QLED-Technologie, die Quantum Dots verwendet, liefert das Gerät eine beeindruckende Farbgenauigkeit und Helligkeit. Die Farben wirken lebendig und natürlich, was besonders bei HDR-Inhalten zur Geltung kommt. Dank der Unterstützung von Dolby Vision IQ und HDR10 Plus passt sich das Bild dynamisch an die Lichtverhältnisse im Raum an, wodurch sowohl helle als auch dunkle Szenen optimal dargestellt werden. Ein weiteres Highlight ist die hohe Bildwiederholrate von 144 Hz, die zusammen mit Variable Refresh Rate und AMD FreeSync Premium ein flüssiges Spielerlebnis garantiert. Diese Features minimieren Bildstörungen wie Tearing und Stuttering, was besonders für GEMA ein entscheidender Vorteil ist. Lassen Sie sich von der Bildqualität überzeugen und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für weitere Reviews und Empfehlungen. Der Hisense liefert nicht nur ein visuelles, sondern auch ein auditives Erlebnis. Mit einem integrierten 2.1 Lautsprechersystem und einem leistungsstarken Subwoofer bietet der Fernseher eine beeindruckende Klangkulisse, die das Filmerlebnis intensiviert. Dolby Atmos sorgt dafür, dass der Ton nicht nur von vorne, sondern auch von oben und den Seiten wahrgenommen wird, was eine immersive Klangumgebung schafft. DTS Virtual erweitert dieses Erlebnis, indem es virtuelle Surround-Effekte hinzufügt, die das Gefühl vermitteln, mitten im Geschehen zu sein. Hat Ihnen die Audiobeschreibung gefallen? Dann vergessen Sie nicht, unserem Video ein Gefällt mir zu geben und uns weiter zu empfehlen. Der Hisense läuft auf dem Vida-Betriebssystem, das für seine Benutzerfreundlichkeit und schnelle Navigation bekannt ist. Mit vorinstallierten Apps wie Netflix, Prime Video und Disney Plus ist der Zugriff auf ihre Lieblingsinhalte nur einen Klick entfernt. Die Unterstützung von Amazon Alexa ermöglicht zudem eine einfache Sprachsteuerung, mit der Sie den Fernseher steuern oder nach Inhalten suchen können, ohne die Fernbedienung nutzen zu müssen. Ein besonderes Highlight ist die Gaming Bar, die speziell für Gamer entwickelt wurde und schnellen Zugriff auf wichtige Einstellungen wie VAA und HDR ermöglicht. Diese Funktion unterstreicht die Gaming-Fähigkeiten des Hisense und macht ihn zu einer attraktiven Wahl für alle, die nach einem All-in-One-Unterhaltungssystem suchen. Interessiert an mehr? Hinterlassen Sie uns einen Kommentar mit Ihren Fragen oder Gedanken zu diesem Fernseher. Jedes Produkt hat seine Stärken und Schwächen und der Hisense ist da keine Ausnahme. Lassen Sie uns einen Blick auf die wichtigsten Vor- und Nachteile dieses Modells werfen. Nachteile Helligkeit in dunklen Zähnen Details gehen in dunklen Zähnen verloren. Design Weniger hochwertiger Kunststoff im Vergleich zu anderen Modellen. Audioqualität Nicht optimale audiophile Qualität Aber lassen Sie uns nicht nur über die Schwächen sprechen. Der Hisense hat auch viele bemerkenswerte Vorteile, die ihn zu einer großartigen Wahl machen. Vorteile Exzellente Bildqualität Hohe Bild-Oderholrate Benutzerfreundliches Smart-TV-System Umfassende Anschlussmöglichkeiten Integrierte Sprachsteuerung Der Hisense E7NQ Pro ist ein beeindruckender Fernseher, der eine hervorragende Bildqualität mit modernen Features kombiniert und sowohl Filmfans als auch Gamer anspricht. Trotz einiger kleinerer Schwächen überzeugt das Gerät insgesamt durch seine Leistung und sein Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie auf der Suche nach einem vielseitigen und leistungsstarken Fernseher sind, ist der Hisense definitiv eine Überlegung wert. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und Ihre Meinung in den Kommentaren zu teilen. Überprüfen Sie außerdem den Link in der Beschreibung, um den aktuellen Preis auf Amazon zu sehen.